ja hier wieder beim quali und beim lesra dark ja und eukalypt hat sich ein bisschen umgezogen die hat gesagt hier laufen so viele chicks rum mit nix an dann muss ich mal mithalten hat sich hier so ein punk outfit angezogen und das wichtigste sie hat einen niedlichen kleinen herzchen rucksack weil sie ist ja jetzt komplett heiler und ja so läuft sie jetzt mal eine weile rum gucken bis ich ihr genug auf dem hintern geguckt habe und ich und du ja nicht ich muss vor dir laufen ja korrekt ja gleiches recht für alle übrigens hier du musst dann demnächst auch so ein schönes männer outfit anhaben so ja ich hole mir den nicht noch outfit okay dann was müssen wir machen wir müssen den canyon des toten manns finden ja lauf mal vor jawohl die bieterin das passt jetzt auch ich bin ja so stachelig jetzt den ganzen nietenkram hier übrigens noch was auf er noch ein bisschen weiter pistolen geskillt noch 14 punkte dann habe ich da auch den inneren kreis voll da arbeiten wir jetzt mal darauf hin dass wir das jetzt mal langsam so richtig hinkriegen wissen ist ja schon so ein bisschen bisschen kurz ist der rock gerne also hat er sich auch gedacht das heißt ja ein bisschen kurz ist genau richtig ja du wieder ja ich bin ja auch ein bisschen grauen frankly bin ich nicht weiß frauen zu schiffen ja kann ich jetzt nichts zu sagen erfahrungspunkte irgendwie gefällt mir die farbe nicht von dem outfit die müsste komplett schwarz und nicht dieses ekelige braun sein ich hätte es eher als rot bezeichnet ja so ein rot-braun ist das sieht echt nicht so schön aus finde ich nicht gut passt irgendwie nicht zur haarfarbe und zum schönen schwarzen herzchenrucksack ja der rucksack von dem ist so ein begeisterter oder der rucksack ist geil ne ich finde den super das blöde ist man kann nicht den rucksack und gleichzeitig die lederjacke anziehen ja stimmt ein bekannter von mir dem ich dem ich seine videos gezeigt hat hat man gesagt du solltest den entwicklern schreiben dass es koala massen geben soll oh ja wusstet ihr übrigens schon dass bei plants vs zombie 2 da gibt es jetzt einen charakter den man spielen kann nämlich eine variante von wissenschaftler der mit dem koala rucksack durchdrehen das ist schon ziemlich cool ich weiß schon wer vorbestellt ja definitiv ja wer weiß jetzt hol ich mir das mal auf ich hatte es mir beim ersten immer schon überlegt aber dann ja es ist ja jetzt absehbar dass es zu ende geht obwohl die server sind immer noch relativ voll je nachdem wann man spielt nein meint ihr dass du mir vielleicht das zweite teil holen ja ja hab ich schon verstanden weil ich heute aufgenommen habe ich glaube die folge müsste auch heute hochgekommen sein also heute wo wir spielen da habe ich bevor ich die aufnahmesession gestartet habe da war es echt krass irgendwie da war ich in der lobby die die war echt nicht spaßig auf der einen seite nur nur krasse pros auf der anderen seite nur anfänger wow das war nicht so nicht so geil und was hast du denn gespielt ein bisschen die vorfreude anspannen ja wenn ihr das hier seht dann ist das irgendwie schon ziemlich lange gelaufen auf meinem kanal das müsst ihr dann schon gesehen haben ja den sagst du mich für dich äh ich habe mit einem Fußsoldaten gespielt ach so du hast auch keinen Schnappenfahrer ne keinen Schnappenfahrer ne keinen Schnappenfahrer den fand ich immer mal interessant ah ok dann spiel ich zum nächsten Mal wieder Schnappen ja ok Drohne du hast wo meine du musst dir ja Panik machen und so du hast gemeint das macht ja lange viel Spaß ja also ich weiß noch wo ich das hier alleine gespielt habe da waren zwei Akabs also pfff nicht angenehm haha ja aber zu zweit ist das hier ja Willepalle weil eigentlich sind wir ja zu dritt unterwegs ne jetzt haben wir noch meinen Raben dabei ach so ja du dritt zu dritt was meint er jetzt naja vielleicht den Raben vergessen ich muss aber persönlich sagen ich mag die Katze lieber ja ja ich bin nicht so der Katze Fan nein Katzen machen dass ich nicht atmen kann ach so ja ok dann da kann man es nachvollziehen ja so was haben wir denn hier wir haben plus Gesundheit plus Angriffswert plus kritischer Trefferwert das könnte auch was für dich sein ne nein meine Gesundheit ist weitaus höher dann nehme ich mal Bedarf und werde mir das Ding mal genehmigen aber das kann ich noch gar nicht Moment es ist äh Talisman Fähigkeit 3 gucken können wir uns das denn kaufen große oder kleine Talismane hm große Talismane können wir uns kaufen Gott sei Dank zack vor allen Dingen ist da auch mehr Crit drauf das ist eigentlich gar nicht so verkehrt ich glaub kritische Trefferkraft ne da ist äh beides drauf mehr aber auf der anderen Armschiene die ich bis jetzt hab da war nur Angriffskraft und Gesundheit drauf das war nicht so cool so so hier die ganzen Runen mal ein bisschen hier weg sortieren da musst du mir bei Gelegenheit auch nochmal so ein Tutorial geben wie man die dann jetzt auf Waffen einsetzt die Glyphen? ja das ist kein Problem das ist ne Sache von ein paar Sekunden na gut da gibt's doch bestimmt auch dann noch Runen die Crit hoch machen oder Heilungswert ja das kannst du ganz leicht nachsehen das können wir jetzt schnell machen wenn du willst ja sag mal wie geht das wie geht das denn also erstmal du gehst nein n ist falsch i ähm i du gehst auf die Runen die du also du gehst auf die Runen und da steht dann drinnen was die machen zum Beispiel bei meiner Pentagramm ja das ist schon klar kritischer Trefferschaden bei der Denknym Basisruhne ja Treffen brauchen wir nicht Objektverteidigung ne Objektdurchdringung ne kritischer Trefferwert ja das wäre schon gut hast du da vier Stück von? 34 äh da hast du auch die Unvollkommenen äh das sind gewöhnliche die ich gerade ja dann würde ich die schnell zu Unvollkommenen machen ist ja so 5 für eine ja kann man eh machen Moment 1 2 3 4 5 ja ja wenn du 4 hast musst du ähm die so anordnen eine nach oben also also wie erklär ich das am besten in der Mitte einen freilassen und links rechts oben und unten halt oh ja ich glaub das ist so ein Obermacker oder? oder der hat sich schon geöffnet der geht schon weg ja ja der will uns nicht den müssen wir sogar töten von der Queste ja aber später ach der ist ja sowieso neutral stimmt ja so wohin? also einen nach oben ja ja ähm dann da unter einen freilassen ja dann wieder einen hinlegen ja und von der Mitte die du freigelassen hast links und rechts einen hinlegen also quasi so ein Viereck ja mhm und dann halt bei Werkzeug du dann halt da so ein Glyphen Werkzeugset rein Glyphen Werkzeug Talisman Waffen Talisman Talisman Waffen Glyphen zack ja jetzt habe ich hier eine Rune und zwar kann dann eine Waffe oder ein Talisman angebracht werden bringt beträchtliche Erhöhung von kritischem Trefferwert dann ziehst du die raus ja in die Fertigung wahrscheinlich ne ja bestimmt fertigen ja und dann die Waffe auch da rein ähm wenn du die Glyphen wenn du das da unten gemacht hast dann packst du das Ding was du da jetzt gerade konstruiert hast ja in dein Fertigungsteil rein die Waffe rein bei Werkzeug brauchst du nichts rein tun und dann einfach auf Fertigen dann ist da die Waffe mit der Glyphen oder halt die der Talisman so ich brauche noch ein Werkzeug ein Waffenwerkzeug oder was nein da brauchst du kein Werkzeug für um die zusammenzufügen die Glyphe und die Waffe brauchst du kein kann ich nicht hat die Waffe auch einen Glyphenslot nein das hast du mir noch nicht gesagt was wir was brauchen okay sorry die braucht auch einen Glyphenslot ne na gut das habe ich nicht es gibt bei dir auch welche bei der Ausrüstung musst du mal drauf achten da gibt es vielleicht auch welche da steht schon dass du eine Glyphe drinne hast die kann dann ersetzt werden dadurch bei deiner Rüstung zum Beispiel aber ich glaube ich habe gerade meine Waffe aus Versehen vernichtet nein meine schönen MPs naja ich habe noch andere Waffen wenn sie ist dann wird es an sie gebunden ja jetzt habe ich nur solche Waffen naja müssen wir mal gucken wo ich neue Waffen herkriege ich brauche mal richtig coole Waffen jetzt ja Glyphen lass mal gucken da ist kein Slot drauf 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 da auch nicht da auch nicht da ist eine verzauberte Glyphe drin und zwar wie kann man sehen was da für eine Glyphe drin ist äh steht da eigentlich immer bei da steht zum Beispiel plus Verteidigungswert plus magischer Schutz ja könnte man rausnehmen oder was äh die kannst du ersetzen durch eine andere Glyphe die du hast zum Beispiel die ich die gerade gemacht habe oder was ja ich wollte jetzt eigentlich auch schon zur nächsten Lektion kommen ah ok die Waffe ist noch da so ja äh wahrscheinlich hier in in die Fertigung geben ja gut du nimmst ähm du hast doch kritische Treffer Wett Glyphe noch wahrscheinlich noch 2 Runen übrig ne äh ja ok die ordne mal also 2 davon ordne mal so an sodass du die Hälfte hast von dem was du halt brauchst für eine Glyphe ähm was jetzt hier ähm ähm du machst oben eine eine von den von den kritischen Treffer Wett Glyphe rein ja und ganz unten sodass du in der Mitte immer noch diesen einen frei hast wo links und rechts welche hinkommen könnten ja links und rechts suchst du andere Glyphe äh andere Runen hinten mhm Moment aber halt die beiden rechts und links am besten die gleichen dann äh es will nicht so wie ich will aber müssen auch unvollkommene sein ne es will nicht so wie ich will so was sind denn das hier es sind gewöhnliche also muss ich erst aufwerten ne sehe ich das richtig ja zack zack fertigen eins ok unvollkommene ok eine darunter so und jetzt auch andere unvollkommene ja warte ich habe sogar noch was besseres für dich sehe ich gerade ich habe was besseres für dich ähm nein ähm wandeln Moment ja da habe ich nämlich jetzt kritische Trefferkraft und Trefferwert habe ich dir jetzt gegeben sodass du zwei kritische Trefferwert machst und zwei kritische Trefferkraft dann erschaffst du nämlich eine Glyphe die beides hat zwar schwächer als nur der eine Wert aber dafür zwei Sachen unvollkommene die sind unvollkommene Trefferwert also kritische Trefferwert Trefferwert sind beide Trefferwert ich bin der Mann ich habe jetzt die gegeben mit kritischer Trefferkraft und Trefferschaden Trefferwert 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 ich habe alles Nutres und alles äh Lohnen ja ich habe die mit Trefferschaden noch im Inventar ich habe dir die falsch gegeben Tja die ist nicht gut mh ja sorry Moment wieder jetzt welches sind das denn die mit dem B das ist Treffer Schaden Treffer Schaden ja okay dann packst du zweimal kritischer Treffer Schaden da rein und zweimal kritischer Trefferwert dann machst du wieder dieses Glyphe Werkzeug selbst da rein da habe ich keins mehr von okay warte dann handeln wir wieder wo sind ah hier dann gebe ich dir mal noch zwei weil dann hast du nämlich jetzt eine Glyphe wo du beides hast Trefferwert und Treffer Schaden von kritisch okay checke ich ja so und jetzt muss ich meinen Kopf Talisman hier rein ziehen und die Glyphe da rein ziehen und fertigen ja so ja plus 16 plus 21 okay läuft so nix ich gucke jetzt nochmal nach da ist auch noch eine Glyphe drin sehr schön ich hoffe ich konnte helfen die macht aber auch Treffer Kraft Wert und die macht schon Treffer plus die Glyphe die da drin ist das heißt das wäre nicht hier ist Treffer Wert und Treffer Kraft aber ich glaube da wird das was wir hergestellt haben stärker sein ja kann angehen so wie war das jetzt hier unvollkommene er 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 ist oh es ist ja hier eine Fertigungsfolge meine Güte zap und dann die Bs ein hier hin ein hier hin und und den Glyphen Werkzeug dingens zap warte wir Singahorn dahin okay 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 ich glaube das war schlecht dass ich das jetzt reingesetzt habe ich glaube das war vorher mehr na gut hier auf der Waffe ist auch noch eine Glyphe drauf kritischer Treffer Wert Glyphe ist da drauf macht aber nix weil die ist ja gut ne naja okay weiß ich jetzt Bescheid wie das funktioniert dann können wir den Typen jetzt hier erledigen ja wir können auch noch warten dass ich jetzt eine Runde gedreht habe der kommt doch grad wieder da so die Leute fragen sich nö man macht nix nö und du musst bedenken wir machen gerade die Aufgaben die früher Kinder erledigt oh nein da rausziehen kommt das heilt dich du kommst raus komm raus diese Aufgaben hier haben früher Kinder erledigt davon bedenken ganz schön äh feindlich eigentlich die Umgebung hier ne aber der geht ja down wie nichts hier ja aber das kann eh mit dem Blut mal nervig sein weil das heilt ihn halt das Blut wirklich aber du bist ja auch geheilt das wäre doch mal dann äh naja mach mal fair oh der Schlafende oh der ist nicht so nett im Schlafenden sollten wir aus dem Weg gehen ah ich erinnere mich ja das erste Mal hab ich gedacht ey da ist er ja ich mach ihn schnell platt das Outfit gefällt mir nicht das werde ich nachher wieder wechseln Jägerweg weg ah da ist noch einer von diesen blöden Dingen komm 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 oh da kommt noch einer komm nein nicht zum Heiler nicht zum Heiler der Heiler hatte nie was getan und wer dir auch nichts tun stimmt der Heiler ist nämlich nett und trägt einen lustigen kleinen Rucksack genau ich bin hier der böse Mann ich bin der der deine Art genossen alle abschließt also müsste man jetzt irgendwie gucken dass man sich auch equipt holt wo man ganz wo man auch prüfen einsetzen kann einfach ja das ist später halt wirklich im Endgame für die Spezialisierung damit du wirklich effizient auf etwas gehst ja gut vom Endgame sind wir jetzt ja noch weit entfernt ja es ist aber ja schon ein gutes Ding schon mal zu wissen das ist korrekt oh diese Pistolen ne das sieht so krass aus ey ich glaub ich muss mal eben einen Screenshot machen diese oh nice ja vorsicht 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 da ist er äh ja 159.000 Leben ich weiß warum er nicht so gut ist wie umgeht man den jetzt? man wartet entweder bis er raus geht und dann macht man ihn platt nein dann geht man rein und holt eine schwarze Blüte so ne schwarze Hose ok oder man guckt jetzt ob er eingeschlafen ist er ist ja auch der schlafenden ja vorsichtig vorsichtig so an die Seite gucken ja ok gerade schläft er ganz ganz vorsichtig vorbei da ist auch ein Wissen mhm ich geh da mal das Wissen holen ok zurückkommt Zeit, schlummer, 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 schlummer was macht er da? jetzt gehen wir da raus gehen puh genau, hier ist niemand wir sind ähm wir sind Lichter Spiegelung vom Schatten Schattenspiegelung sind wir ok jetzt das dicke Motorrad auspacken nein nein dann schlag ich hier das Motorrad um die Ohren das sag ich dir wir können ja hier oben lang, glaube ich, oder? nein, da ist er ok dann hier lang so ich habe eine Anima-Quelle gefunden ja, die Anima-Quelle kann ruhig gerne Anima-Quelle bleiben wo bist denn du? ich bin dem Ding aus dem Weg gegangen ja, ich auch hier ist schon äh nah bei der Quelle hier ja, ich auch, ich komme noch in eine andere Richtung ah, da kommt er sehr gut Gegner oh, er bin jetzt auch gestohlen das ist ja unfair aber er hat keinen Heiler mit keine Drohnen oh, ich bin schon welchen mit Drohnen begegnet von denen ja? ja, die haben schon mal Drohnen dabei gehofft die haben die ähnliche Fähigkeiten wie die Spieler also, aber nur auf eine Waffe spezialisiert nicht, zwei ok das ist Schmutzbecken schwarze Teich können wir später untersuchen erstmal müssen wir rein spocken oh ja reicht ja, wenn einer das macht oh, entschuldigung, ich habe einfach ziemlich angesprochen ha 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 weil ich dich noch angesprochen habe, als technisch gezielt hier haben wir Kritt ja, Kritt ja, Kritt ja, Kritt das ist echt cool, wenn man so einen Kritter in der Party hat das macht, äh, Laune ok, wenn wir jetzt schon mal einen schwarzen Wecken und das ist hier viel von Schmutzinfizit, ob wir in der Nähe töten ja, das kriegen wir jetzt schon auch schnell, ne? ja, das und dann mit Basie na komm, na komm oh, es sind sogar zwei mit Hämmern erst deine, jetzt meine Waffe von mir kriegst du noch eine andere Waffe auch noch ja, die machen ja nichts, also das fühl ich nicht, ich bin okay und hab einen Teiler ja, läuft da unten ist noch einer ja, mal gucken, der bringt auch ordentlich XP ich glaub sogar mehr als ein Acker ah nein, der Acker hat mir noch einen mehr gegeben glaub ich dahin ist ja einer, können wir gleich auf also der hier gab jetzt irgendwie 1300 oder irgendwas bei mir waren es 3.360 genau und ja, ich bin hängig ja, ich beantworte die Frage, bevor sie gestellt werde ok, 1360 hm, weg von den Acker ich kann der Highlight noch im Nahen sehen, für die Zuschauer yeah ja ja, das Funnel ist schon das hier mit den, mit den Pistolen das ist, äh, schon durch yeah, den Bericht senden oh, ich bin grad infiziert mit irgendwas ja, das ist wie schwarze Masse da die macht du sogar gut, wie das wir müssen auch mal irgendwann so eine Kraft mal haben, die dann irgendwie Effekte reinigt oder sowas, ne? äh, gibt es ja, bei Elementar, Schrotflinte gibt's sowas ich glaub bei Pistolen ist das auch ich glaub das gibt's glaub ich überall, wenn's gut nein, nicht, ich weiß, das haben nicht so viele also Element, ich weiß, ich selber weiß jetzt nur von Elementarismus und Schrotflinte, dass viele was haben ich glaub mit Pistolen, hab ich mich nicht so aufeinander gesessen so, läuft der gibt der gibt auch 1360 Tatsache was haben wir denn da vorher getötet, was also ne, das war die, äh, die Quest was ich glaub mit töten, was für so viel das wär' schön warum nicht, ne? du stehst du da Tachik da eigentlich nicht die müssen eine Runde nutzen ja, wir holen, wir, 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 wir wir, 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 scharmen Erfahrungspunkte weil ich brauch ja noch, jetzt noch, elf Punkte, damit ich die inneren Ring von Pistolen verkomme Mach's doch wie Falken, der hat mir jetzt erzählt, ja, ich hab alle inneren Ringe schon freigeschaltet. Oh ja. Machen den schlafenden Blatt, der gibt bestimmt viel. Ja, natürlich, warum nicht? Hier ist noch so ein Eumel. Infizierter, wahnsinniger. Ich nenne ihn, Joe. Oh, jetzt auf ihn, Joe. Könnte auch Bob sein. Bob? Ja, okay. Den haben wir, ne? Ja. So. Juhu. Juhu. Wir müssen mal wieder mehr KP kriegen hier. Ich will mehr KP, mehr KP, mehr KP. So. Du möchtest doch bestimmt Hilfe mit dem AKP, ne? Äh, ich will immer mehr. Drohne. Nein, ich frage nicht, wo. Also immer, wenn ich Drohne sage, dann meine ich meine Drohne. Ja, und irgendwann kommt weg noch mal so eine Drohne von denen an. Und dann reagiere ich nicht. Und dann sage ich, feindliche Drohne. Ja, das ist dann aber auch kein schneller Aufruf mehr. F-Drohne. Ich habe eine AKP gezogen übrigens. Das ist wegen dem Rock, weißt du? Wir locken die ganzen Viecher an. Ja, ich mache ihn ja gleich wieder weg. Nächste Folge ist er wieder weg. Ja, gleich vorher noch ein Slingshot. War da gebraucht. Ja, ich habe das falsche Heilungsziel anvisiert gehabt. Den Fliegenklatscher habe ich gerade. Oh, geht das? Komm, jetzt machen wir den auch noch platt hier. Fliegenklatscher habe ich auch. Ach, wir haben ja auch gleich viele von denen getötet, ne? Naja. Ja. Ja. Läuft. Was haben wir denn hier? Hm, Gesundheit weniger, aber Blockwert mehr. Oh. Ne, weniger Heilungswert, nein. Okay, ja, ich nehme den mal. Es war nur sieben weniger Gesundheit, aber auch weitaus mehr Blockwert. Und Blockwert gibt mir halt viele Bonusse. Hm. Hier ist noch ein neuer Acker. Ach, Brutspucker. Ich habe Bleisspucker gelesen. Ich habe vor allem die Bleisspucker verpüren. Ja. Lesen ist immer so eine Sache. Vor allem, wenn wir die ganzen Fliegen geschleuert werden. Ja. Ja. Läuft. Dabei gibt es inzwischen auch weniger Erfahrungspunkte, die Viecher. Ja, 1322. Wir müssen hier rin... Nach unten? Ja. Oh, Quest. Hier ist auch der Agarfa-Eingang. Ja, das ist die Götterhülle. Ach so. Ja, nice. Quest. Und jetzt haben wir auch das Passwort für den Safe, den ich erwähnt habe. Der ist nämlich hier. Wo denn? In der Wand. Oh ja. Jetzt sind wir Mitglied in der Liga der Monsterjäger. Und was kriegt man dann da? In der Liga der Monsterjäger? Ja, wenn man den Safe guckt. Eine neue Quest. Ach so, ich dachte, da sind jetzt Waffen drin oder so. Ja, schön. Sollen wir mal gucken gehen? Also den hier würde ich jetzt machen. Rausame Warnung, weil wir müssen hier direkt den Spuren folgen. Ja, wir haben aber eine halbe Stunde voll. Machen wir mal beim nächsten Mal. Okay. Wir sind ja hier gerade in Sicherheit. Wollen wir eben noch einen Screenshot? Darauf stelle ich mal neben mich so vernünftig. So, hier mit den Waffen. Badass. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Have fun. Euer Koali und euer Lessard. Lessard? Lessraktak. Lessraktak. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.